Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks, zu neuen Supertest-News heute am Donnerstag. Es war ja ein paar Wochen ein bisschen ruhiger und es geht weiter mit der Karte Bergpass, die jetzt nicht neu im Supertest ist. Die wird schon länger von Wargaming dort getestet und es gehen zwei neue Varianten jetzt in den Supertest. Die linke, ich nenne sie mal die Primärvariante mit den Änderungen 1 bis 11. Und die rechte Variante, das ist so eine Optionale, die die Änderungen 1 bis 11 beinhaltet, aber auch diesen 12er Bereich hier, diesen Südbereich, der auch umfassend überarbeitet wird. Insgesamt also 12 Bereiche, die angepasst werden, dementsprechend sehr viele Vorher-Nachher-Bilder. Ich werde hier versuchen recht zügig durchzugehen, aber das Wichtigste auch nicht zu vergessen. Lasst mir gerne euer Feedback in den Kommentaren zu den Änderungen da. Ansonsten, bevor wir starten, noch ein kleiner Werbehinweis in eigener Sache. Wenn ihr das Video heute zum Release am 6.4. sehen solltet, dann lade ich euch sehr herzlich morgen am 7.4. zu meinem 12-Stunden-Livestream auf meinem Twitch-Kanal ein. Den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Das Stream wird ungefähr um 11 Uhr losgehen. Ab ungefähr 12 Uhr, 12.30 Uhr werden wir umfangreich World of Tanks Community-Spiele mit euch spielen. Im Übungsraum, ihr braucht nichts weiter als einen Panzer 1C. Und ich würde mich freuen, wenn ihr zahlreich einschaltet und vor allen Dingen auch zahlreich mitmacht. Es gibt auch Preise von Wargaming zu gewinnen. Es lohnt sich also, da sich zu beteiligen und auch sich ein bisschen Mühe zu geben. Denn Wargaming hat, wie gesagt, ein bisschen was springen lassen. Also, morgen 7.4. ab 11 Uhr bei mir auf dem Twitch-Kanal, twitch.tv. Ich würde mich freuen, euch zu sehen. Und jetzt geht's in die Änderungen hier auf Bergpass. Weil es immer gewünscht wird, hier auch mal die beiden Minimaps gegenübergestellt. Was man hier primär erkennt, ist wirklich die Überarbeitung dieses südlichen Bereichs. Wenn ihr euch dafür also interessiert, hier mal einen Vergleich zu machen, dann könnt ihr hier an der Stelle gerne pausieren. Wir springen mal in die Vorher-Nachher-Bilder. Bereich Nummer 1. Wargaming schreibt selber, und da muss ich immer kurz auf den rechten Monitor linsen, dass der Hügel, die Höhe ein Stück reduziert wurde, damit die Sniper-Positionen in die Mitte schneller erreicht werden können. Und, dass die Sniper-Positionen Richtung 9- und Nuller-Linie zugemacht wurden. Hier ist das Vorher-Bild, da ist das Nachher-Bild. Wir sehen, der Hügel, ja, ist abgeflacht und hier hinten ist es auch zu. Wargaming zeigt das auch noch aus einer anderen Perspektive. So ist es vorher, so ist es nachher. Das Ganze ist also ein bisschen im Plateau, aber ein bisschen abgesenkt. Und hier sehen wir jetzt auch, wie das Ganze hier zugemacht wird. So sieht es aktuell aus. So soll es zugemacht werden. Das heißt also, dass man dann, wenn der Gegner von der 9-0 quasi Richtung Cap pusht, dass er von dieser Position hier oben nicht mehr weggesnipert werden kann. Und hier sind wir auch schon im Bereich Nummer 2. Das ist im Grunde die 9-0-Linie. Hier wird Wargaming mehr Deckung hinzufügen. Und diese Position hier hinten, die auch gerne mal als Sniper-Defense-Position benutzt wurde, die wird entfernt. So sieht es aktuell aus. So soll es dann werden. Wir sehen hier hinten, dass der Stein verschwindet. Wir sehen, dass hier deutlich größere Deckung hinzugefügt wird. Das Ganze aus einer anderen Perspektive. Wir sehen also, der aktuelle Zustand ist schon sehr, sehr offen. Man kann das also entsprechend auch von hier oben deutlich besser im Moment noch verteidigen. So soll es dann werden. Wir sehen also, dass auch hier oben diese Steine und so entfernt werden. Also harte Deckung hier oben an dieser kleinen Ridge-Line wird auch verschwinden. Und hier sehen wir diesen Bereich, diese Büsche und diese Steine, wo dann auch die Busch-Position gerne mal genutzt wurde, um diesen Bereich hier zu verteidigen. Und das wird jetzt komplett weggenommen. Also dementsprechend wird es dem südlichen Team hier an der Stelle schwieriger gemacht werden, das Ganze hier zu verteidigen. Und entsprechend dem Team von der anderen Seite es einfacher gemacht wird, dann hier entsprechend durchzukommen. Aber es geht in dem Bereich auch weiter. Und das konnte man hier auf diesem Bild schon sehen für den Zweier-Bereich. Dass nämlich hier diese Ecke bzw. dieser ganze Bereich hier auch für das Gegner-Team dann auf der anderen Seite am Gletscher oben überarbeitet wird und dort entsprechend Positionen hinzugefügt werden. Das ist die Ecke, die wir quasi von hier aus sehen. Die hier, das ist ja das Nachher-Bild schon aus dem Zweier-Bereich. So ist es aktuell noch. So soll es dann werden. Also hier werden so ein paar Terrassen hinzugefügt, Steine. Also es wird dem südlichen Team auch doch wieder einfacher gemacht, das hier auch zu verteidigen. Also das Ganze wird überarbeitet. Wir sehen es aus einer anderen Perspektive, die Ecke. Die Frage ist, ob man hier hochfahren kann oder ob man hier nur runterfahren kann. So wie es aktuell hier aussieht, von der Textur auch würde ich sagen, hier kommt man nicht hoch. Jedenfalls nicht als Heavy. Vielleicht als sehr schneller Medium oder als Light wird man hier hochkommen. Aber als Heavy würde ich sagen, ist man zu langsam bzw. auch zu schwer. Ja, die andere Seite, die Gegenseite wird auch überarbeitet hier am Gletscher. So sieht es aktuell noch aus. Und so soll es dann überarbeitet aussehen. Also wir sehen schon, da bin ich eins zu weit. Wir sehen hier schon, ja, primär die Ecke verschwindet. Die Steine kommen dazu und die Ecke hier unten wird auch nochmal verbessert, dass man hier entsprechend mehr Deckung hat. Das Ganze noch aus einer anderen Perspektive. So sieht es aktuell aus und so soll es dann aussehen. Wir sehen also, hier wird deutlich Deckung hinzugefügt, um einfach da besser verteidigen zu können. Aber nicht nur die Position oben am Gletscher. Hier und quasi von dem Bild aus gesehen bei uns im Rücken, diese kleine Terrasse wird überarbeitet. Nein, auch dieser Bereich hier unten in der Senke wird überarbeitet. Auch hier werden Deckung hinzugefügt. Der Bereich wird ein bisschen vergrößert. Das werden wir gleich sehen. So sieht es aktuell aus. So wird es überarbeitet. Also hier diese Ecke wird auch verschwinden. Hier dieser große Berg. Und wir sehen schon, hier kommt Deckung hinzu. Diese Ecke hier ist ein bisschen ähnlich wie auf komplett der anderen Seite. Da hat man auch so eine Ecke. Hier aus einer anderen Perspektive. So sieht es aktuell aus. So soll es überarbeitet werden. Wir sehen, also hier kommt deutlich Fläche auch hinzu. Nicht viel, aber der Bereich wird auf jeden Fall ein bisschen vergrößert. Und hier das Ganze nochmal von der Draufsicht. So sieht es aktuell aus. So soll es überarbeitet werden. Ist eine neue Varianz, sage ich mal. Ob das am Ende besser ist, kann ich jetzt schwer beurteilen. Aber es wird auf jeden Fall der Bereich überarbeitet. Und wir sehen schon auch mehr Deckungsmöglichkeiten hinzugefügt. Eine weitere Änderung, die meines Wissens in den vorherigen Supertestvarianten der Karte auch schon mit drin war, ist das Absenken dieses Berges, damit das südliche Team eine Sniperposition bekommt. Oder von hier oben eine Gegensniperposition bekommt auf die Medium Heavy Ecke, die quasi in diesem Bereich ist. Wir werden es gleich sehen. So sieht es aktuell aus. So wird es überarbeitet. Der Berg wird also komplett abgetragen. Und jetzt wird es für euch vielleicht gleich klar, wenn ihr nicht genau wisst, um welche Position es geht. Wenn man das mal aus dieser Perspektive sieht, denn hier hinten diese Ecke, wo sich gerne auch geprügelt wird, quasi so die zweite Heavy Lane oder so Medium Heavy Lane, auf die man, wo man hinkommt, wenn man hier den Cross spielt. Das ist aktuell die Sichtweite oder die Sichtmöglichkeit. Und so wird es überarbeitet. Also erstens wird der Berg komplett abgetragen. Wir bekommen Snipermöglichkeiten hier hinten hin. Und durch die Abtragung, Abflachung hier des Berges wird das Ganze auch ein bisschen besser spielbar. Und wir bekommen ja auch noch einen Busch hingesetzt, dass wir nicht so einfach gespottet werden können. Das ist also ganz nett. Wir werden, glaube ich, im nächsten Abschnitt sehen, wie hier dieser Cross verändert wird. Das ist ja das große Problem für das südliche Team auf Bergpass. Ich hoffe, werden wir gleich sehen, dass da auch ein bisschen was passiert. Und das sehen wir jetzt hier in dem Sechser-Bereich. Das ist so die aktuelle Situation, wie es im Spiel ist. Und wir wissen ja, wenn man hier diesen Cross spielt, man wird relativ einfach gespottet. Im gefühlten Gegensatz zur anderen Seite. Und dementsprechend bekommt man hier öfter Sideshots. Ich bin gespannt, wie Sie es überarbeiten wollen. Beziehungsweise habe ich es jetzt auch schon gesehen. Sie verändern den Cross nicht wirklich. Im Sinne von diesem Bereich hier. Denn Sie setzen den Berg nicht weiter zurück. Sodass man entsprechend schwerer gespottet werden kann. Was Sie aber machen, Sie verändern hier diesen Bereich. Diese Auf- und Abfahrt runter ins Wasser. Wir sehen recht deutlich, dass hier der Bereich höchstwahrscheinlich entweder nur von Leitz aufwärts befahren werden kann. Von Schweren oder von Medium-Panzern wird man hier vielleicht nicht hochkommen. Das kann man aus der Perspektive nicht ganz sehen. Und man reduziert es quasi um diese Auffahrt, die dann regulär für alle nutzbar ist. Und man fügt auch, und das sehen wir auch sehr deutlich, hier und hier harte Deckung hinzu. Dass man hier diesen Cross einfach besser spielen kann. Was elementar wichtig ist, wenn man aus dieser Position hier hinten raus startet. Das Ganze noch aus einer anderen Perspektive. So sieht es aktuell aus. So wird es überarbeitet werden. Wir sehen also hier die Deckung, die hinzugefügt wird. Wir sehen aber auch, wenn man hier ein bisschen hin und her spielt, dass der Cross hier nicht weiter zurückgesetzt wird. Also das reine Spotting ist im Grunde rein von der Distanz her immer noch genauso einfach möglich wie bisher. Ich habe noch ein weiteres Bild aus dieser Perspektive. So sieht es aktuell aus. Und so soll es dann überarbeitet werden. Also wir bekommen hier und auch hier deutlich mehr Deckung hinzugefügt. Was es einfach schwerer macht, diesen Cross zu beschießen. Und wir sehen aber auch, dass es ähnliche Änderungen auf der anderen Seite geben wird. Und die schauen wir uns jetzt an. Und hier sehen wir es auch schon. Im Grunde macht Wargaming auf der nördlichen Seite genau das gleiche wie auf der anderen Seite. Also hier dieser Cross wird insofern verändert, dass hier mehr Deckung hinzugefügt wird. Und das im Grunde für beide Seiten der Cross einfach sicherer wird. Beziehungsweise auch mehr Deckung für Shootouts bietet. So sieht es aktuell aus. So soll es überarbeitet werden. Wir sehen also, dass dieser Busch, der auch gerne mal genutzt wird, entfernt wird. Und es wird mehr harte Deckung hinzugefügt. Auch die Auffahrt wird im Grunde ähnlich gestaltet wie zur anderen Seite. Das Ganze aus einer anderen Perspektive. So sieht es aktuell aus. So wird es überarbeitet. Also auch hier deutlich mehr Deckung, dass das nicht mehr so eine riesige offene Lücke ist. Und dann auch nochmal aus der Perspektive von der Auffahrt heraus, aus dem Wasser. So ist es aktuell. So wird es überarbeitet. Dieser Stein, bin ich gespannt wofür der da ist. Ob der verhindern soll, dass man hier oben auf die TD-Positionen schießen kann. Das ist mir noch nicht so ganz klar. Aber der wird irgendeinen Grund haben. Aber wir sehen auf jeden Fall auch hier diese Veränderung, dieses ganzen Bereich, damit der Cross hier einfach deutlich besser wird. Der achte Bereich, dass der überarbeitet wird, das haben wir auch schon mal gesehen. Der ist im Moment ja wirklich schwierig zu spielen. Gerade wenn man als südliches Team Richtung Norden dann pushen will, wenn man den Kampf quasi an der Ecke da unten gewonnen hat. Und dann weiter pushen will, wird man meistens durch die Sniper hier rechts oben aufgehalten. Beziehungsweise durch Spieler, die hier an der Position stehen. Und deswegen fügt Wargaming hier ein paar Varianten ein. Ein paar Deckungsmöglichkeiten, dass das Ganze ein bisschen besser und auch variabler spielbar wird. So sieht es aktuell aus. So soll es überarbeitet werden. Also diese Terrasse hier wird hinzugefügt. So wie es aussieht, auch von der Seite nicht auffahrbar, sondern nur von der Seite. Das erinnert mich ein bisschen an Klippe. Da haben sie ja auch für das südliche Team dort diese Position hinzugefügt, wo man dann in den Angriff gehen kann. Das Ganze aus einer anderen Perspektive. Wir sehen hier diese typische Ecke. Wenn man hier quasi durch ist, dann hat man aktuell das Problem, hier Richtung Norden weiter zu pushen. Und so soll es dann entsprechend überarbeitet werden, dass wir hier also diese riesige Terrasse bekommen. Das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive. So sieht es aktuell aus und so soll es dann überarbeitet werden. Der Stein hier kommt auch neu dazu. Auch im Wasser unten gibt es Veränderungen. Das ist ja mittlerweile auch, oder das heißt mittlerweile, im Moment hat er mehr oder weniger eine Todeszone. Gerade wenn man im Early oder im Midgame da reinfährt, kann man da sehr, sehr schnell rausgehen. Das ist der aktuelle Status. Und wir sehen hier werden ein paar Deckungen hinzugefügt. Diese Steine hier, aber auch die Steine hier links, werden rausgenommen. Das Ganze nochmal aus einer anderen Sichtweise. Wie gesagt, im Moment eine Todeszone, gerade wie gesagt am Anfang, wird jetzt nicht unbedingt, also das wird sich jetzt nicht groß verändern. Das Ding wird immer noch eine Todeszone bleiben. Aber hier hat man wenigstens ein paar mehr Möglichkeiten dann, um sich entsprechend hier unten im Wasser eventuell ein bisschen länger zu halten. Eine Sniperposition für das nördliche Team wird zugemacht. Nämlich von hier oben vom Camperhügel direkt auf die Brücke, was im Moment ja wunderbar geht, denn hier ist keine harte Deckung. So sieht es aktuell aus. So soll es überarbeitet werden. Wir sehen also, dass hier einfach ein paar Felsen hinzugefügt werden. Und das Ganze aus der entsprechenden Sniperposition heraus. Hier hinten konnte man halt wunderbar die Brücke beschießen. Und das wird jetzt entsprechend geschlossen. Das heißt, die Brücke wird insofern fairer zu spielen sein, dass nämlich das nördliche Team auch keine Sniperposition mehr hat, was das südliche Team ja noch nie hatte. Und von daher, ja, ein gewisser Ausgleich und das ist immer gut. Es gibt aber noch mehr Änderungen an der Brücke und die, ich will nicht sagen bevorteilen, aber verbessern das Gameplay für das südliche Team noch weiter. Hier werden quasi für das südliche Team die Position bei der Anfahrt zur Brücke verändert. Der Bereich hier wird ein bisschen größer gemacht und die Varianten an Positionen ein bisschen verbessert. So sieht es aktuell aus. So wird es überarbeitet. Wir sehen also, wir haben hier deutlich mehr Spielraum, was die Fläche angeht. Man steht sich nicht mehr so unbedingt immer im Weg rum, gerade auch der Bereich und der Bereich. Das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive. So sieht es aktuell aus. So soll es überarbeitet werden. Wir sehen also, hier kommt deutlich mehr hier auch Deckungsvarianten, also hier und dann hier hinzu. Und das Ganze dann nochmal aus der Perspektive für das nördliche Team, was vielleicht über die Brücke drüber pusht, sieht es aktuell so aus. Und so soll es überarbeitet werden. Wir sehen also auch, hier werden Bäume entfernt, was natürlich auch wieder schlecht für das südliche Team ist, weil man kann nicht mehr so viel mit Tarnung arbeiten. Aber die Distanzen waren dort eh noch nicht so groß, als dass man da komplett über seinen Tarnwert spielen konnte. Wir sehen aber auf jeden Fall, dass der Bereich vergrößert und mit mehr Varianz versehen wird. Kommen wir jetzt zum Schluss zu diesem 12er Bereich, was im Grunde als zweite Kartenvariante getestet wird. Hier sind auch die Änderungen 1 bis 11 mit enthalten, plus dass dieser große Bereich entsprechend überarbeitet wird. Der ist ja bisher so ein bisschen ausgespart gewesen. Wir haben insgesamt acht Perspektiven, die wir uns hier anschauen. Wargaming schreibt selber auch, dass sie auch die Startposition der Teams verändern wollen, dass die Ankunftszeiten ungefähr gleich sind. Ob das jetzt auch für die primäre Kartenvariante gilt, wo dieser 12er Bereich nicht überarbeitet wird, kann ich anhand der Aufzeichnungen, die Wargaming uns zur Verfügung gestellt hat, leider nicht sagen. Grundsätzlich, Überarbeitung finde ich erstmal gut. Es ist eine Abwechslung, es ist was Neues. Und von daher finde ich das erstmal positiv. Was Wargaming hier auch verfolgt, das werden wir gleich sehen, ist die Karte symmetrischer zu gestalten. Und symmetrische Karten sind insofern gut, weil sie einfacher zu balancen sind. Also sie sind einfach fairer für beide Teams. Ich weiß, ich kenne die Kritik aus der Community, dass das dann natürlich auch langweilig wird, das ist klar. Aber ich finde den Aspekt der Fairness viel wichtiger, weil wie oft regt man sich über unbalancede Karten auf, beziehungsweise kennen wir es ja auch, dass Wargaming einfach massive Schwierigkeiten hat. Asymmetrische Maps wirklich fair für beide Teams zu gestalten. So sieht dieser Bereich auf jeden Fall aktuell aus. So soll er überarbeitet werden. Was mir hier noch auffällt und jetzt ich hoffe und vermute, dass Wargaming hier noch was ändern wird, ist dieser mega offene Bereich. Das ist die absolute Todeszone. Und gerade auch hier, dieser Bereich, da ist nichts an Deckung. Du bist im Grunde gefühlt von allen Seiten offen für Beschuss. Das kann hier auch, dass die Pikebude Todeszone schlechthin werden. Deswegen hier hoffe ich, dass Wargaming noch ein bisschen nachbessert und einfach so ein paar Deckungsmöglichkeiten für ein bisschen mehr Varianz und Beschussdeckung irgendwie hinzufügt. Gucken wir uns die Varianten an, beziehungsweise die Perspektiven. Hier aus dieser Perspektive, so sieht es aktuell aus. So wird es überarbeitet. Wir sehen schon, es ist schon noch ähnlich, aber dieser Bereich, wo es hier quasi hoch geht, der verlagert sich halt komplett und dadurch wird halt diese Symmetrie erreicht. Das Ganze aus dieser Perspektive, so sieht es aktuell aus. So soll es überarbeitet werden. Wir sehen also, dass dieser offene Bereich, der in die Mitte auch reingeht, wirklich quasi in diese Richtung weg geht. Das ist ein bisschen schwer zu beschreiben. So sieht es dann auf jeden Fall, oder soll es dann aussehen. Das Ganze aus der anderen Perspektive, so wie es aktuell aussieht und so wie es dann überarbeitet werden soll. In dem Bereich ändert sich gar nicht so viel. Das wird relativ ähnlich aussehen, aber grundsätzlich wird sich die Spielweise natürlich trotzdem ändern. Nochmal eine andere Perspektive. So sieht es aktuell aus. So wird es überarbeitet. Also ungefähr ab dieser Linie hier, die ich mit der Maus zeichne, wird es quasi verändert. Plus natürlich die anderen Änderungen, die wir auch hier hinten sehen. Dann nochmal aus dieser Perspektive, aus der Mitte heraus. So sieht es aktuell aus. So wird es dann überarbeitet. Und ihr seht es schon, dieser Bereich ist auch offen. Der hat aber insofern Deckungsmöglichkeiten aus der Mitte heraus, dass es hier quasi hier in dem Bereich so eine kleine Anhöhe gibt. Und das fehlt mir hier. Man hat zwar hier diesen Stein als Deckung, aber ansonsten ist es komplett flach. Und das heißt, man kann quasi von hier, von hier und quasi aus dem Rücken heraus, aus der Mitte von der Brücke heraus beschossen werden. Das ist dann, also ich habe es nicht gespielt. Es sieht aber für mich nicht so komfortabel aus. Andere Perspektive, nochmal aus der Mitte heraus. So sieht es aktuell aus. Ne, das ist falsch rum. So sieht es aktuell aus. So soll es überarbeitet aussehen. Da sind mir die Reihenfolge hier verrutscht von den beiden Bildern. Hier, dieses Plateau, da kommt man nicht hoch. Jedenfalls sehe ich hier nirgendwo eine Auffahrt. Ich frage mich, welchen Sinn dieses Plateau hat. Höchstwahrscheinlich auch hier, um diesen Berg abzutragen, um von der Sniper-Position von hier einen Schussbereich hier hinzubekommen. Das ist genau das, was ich meinte. Hier ist man gefühlt sehr, sehr offen. Und das, die letzte Perspektive. So sieht es aktuell aus. So soll es überarbeitet werden. Auch hier sehen wir nochmal sehr, sehr offen dieser Bereich. Damit sind wir durch. Ihr habt es gesehen, es sind sehr, sehr viele Änderungen, die hier auf Bergpass vorgenommen werden. Die spannendste Änderung finde ich tatsächlich eigentlich diesen 12er Bereich, weil der diese Symmetrie fast komplett der Karte herstellt. Weil wenn wir uns die linke Variante mal angucken, dann haben wir zwar Angleiche in diesem Bereich. Wir haben Balancing die 7 und die 6. Wir haben quasi die 8. Also wir haben schon sehr viele Sachen, die die Karte ausgeglichener machen. Trotzdem haben wir halt diesen immer noch asymmetrischen Bereich hier unten, der es am Ende immer noch unausgeglichen werden oder sein werden lassen kann. Ihr wisst, was ich meine. Also das ist so ein bisschen der Knackpunkt an der ganzen Map. Und deswegen für das, was ich jetzt hier gesehen habe, würde ich sagen, präferiere ich auch diesen 12er Bereich mit reinzunehmen. Mit den kleinen Wünschen, halt diesen offenen Bereich da vielleicht mit ein paar Steinen ein bisschen zu schließen. Aber da lasse ich mich auch gerne von Meinungen bzw. guten Kommentaren von euch überzeugen. Also schreibt mir da ruhig mal was unter das Video, wie ihr das seht. Grundsätzlich finde ich die Änderungen, die wir hier gesehen haben, eigentlich alle recht gut. Gespielt habe ich es natürlich nicht. Deswegen kann man es endgültig auch erst einschätzen, wenn die Änderungen auf dem Live-Surfer sind. Zum Abschluss, wenn euch das Video gefallen hat, teilt es gerne weiter. Gerade Supertest-News interessiert sicherlich auch sehr, sehr viele andere. Tut mir den Gefallen, helft mir hier mit meiner Arbeit auf YouTube und auf Twitch. Das würde mir sehr helfen. Wir sehen uns hoffentlich morgen am 7. zu meinem 12-Stunden-Livestream. Und mein Dank geht wie immer raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt Game1, Fan Kulle, Gorwin, Kirtano, Karbein, Baron und Rohrblitz. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017